Das zweite Spiel besteht darin, die Bälle von hier möglichst auf die Grundlinie zu spielen, dass sie dort liegen bleiben. Wer näher dran kommt, gewinnt. Drei Bälle. Bälle bleiben liegen, das heißt, man kann sie auch gegenseitig wegspielen. Ich muss jetzt einen raushauen, oder? Damit ich wieder rankomme. Dann lass uns schnick, schnuck ausspielen, wer gewinnt. Wer anfängt, weil die Bälle bleiben ja liegen, der hat am Ende den Vorteil. Dann fängst du natürlich an, weil dann kann ich wegschießen. Der ist schon gut. Ja, der verhungert, oder? Das ist kurz. Ich frage es halt. Ich meine, der ist näher dran. Der ist auch näher dran. Ein Hauch näher dran, das heißt, Janni muss jetzt den Letzten. Ich sag mal nix. Du kannst da einfach abschießen. Nee, falscher Ball. Ah, warte! Nee, leider nicht. Da ist er. Kannst du mal sehen, hier. Glückwunsch. Danke. 1-1. In den Sätzen. Jetzt geht's zum letzten Spiel. Entscheidungs-Match, sozusagen. Gabi! Geil, bitte. Einen nach oben. Wunderschön. Zitropa. Hier sind die вместе. Nichts, alle von dir. Die beiden. Ja, ich bin schon fertig. Was? Große und Weitere. Vielen Dank.